Herzlich willkommen zu einem neuen Meditationserlebnis und heute schauen wir uns mal wieder eine Herzensmeditation an, eine Herzensöffnung und zwar im Sinne der Lebensenergie, der bedingungslosen Liebe und wie wir uns auf die einschwingen können. Und Öffnung ist ja natürlich auch notwendig, um Inspirationen zu empfangen, um auch Altes loszulassen. Man kann sich vorstellen, wenn was verschlossen ist im Energiefeld, trägt man das Alte herum. Wenn man aufmacht, kann man das rauslösen. Und das wollen wir uns einfach mal anschauen, was sich da so tut, wenn man wirklich so das Herz mal öffnet, sich in die bedingungslose Liebe einfach mal erlaubt einzutauchen. Dann schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir mit jedem Atemzug, dich mehr zu entspannen, ruhiger zu werden, ganz in dich hinein zu sinken. Und in diesem Ruhigwerden, in diesem Stillwerden und überleg dir mal wirklich, du gibst keinen Laut von dir, du bist ganz ruhig, ganz still und diese Stille ist auch in deinem Inneren. In diesem Ruhepol, wo du jetzt eintauchst, herrscht absolute Stille. Nun erlaube mal, in diese Stille hineinzuwachen. Fokussier dich auf die Ruhe, auf die Stille. Was ist in der Stille enthalten? Und hinter dieser Ruhe, hinter dieser Stille liegt Bewegung. Aber keine Bewegung, wie du es von deinem Alltag her kennst, wie du es von den Straßen her kennst, von den Menschenmassen, die sich tagtäglich hin und her bewegen. Sondern eine Bewegung, die auch dich bewegt. Du bewegst dich nicht, du bist still und dennoch bist du bewegt. Und spür jetzt mal diese innere Bewegung. Spür mal eine innere Schwingung. Ein Austausch der Energie. Energie wird abgegeben und Energie fließt in dich hinein. Und in dieser Bewegung, in dieser Beweglichkeit erlaubst du dir nun wahrzunehmen, auf welcher Ebene du keine Bewegung spürst. Und das sind sogenannte Blockaden in deinem Energiefeld. Und du erlaubst jetzt der Bewegung hinter der Stille diese Blockaden zu lösen. Ich bitte um die Berührung des Göttlichen, dass sich meine Blockaden lösen können. Also erlaube dir das jetzt einfach mal, dass sich diese Blockaden lösen. ganz von selbst, aus der Stille heraus, aus der Bewegung hinter der Stille heraus. Jegliche Erschöpfung, Erschöpftheit, jegliche Schwäche und Enttäuschung darf nun gelöst werden und in Fluss kommen. Und in dieser Beweglichkeit, in dieser Bewegung erhebt sich jetzt wirklich blockierte Energie. Du kannst dir das so vorstellen wie eine alte Truhe, eine alte Bauernkiste, zum Beispiel so eine Bauerntruhe, die nach oben gehoben wird und sich transformiert. mit deinem alten Ballast. Und die wird jetzt einfach mal transformiert. Das bedeutet, die Energie, die wieder zu dir soll, kommt gereinigt zu dir und dient deiner Liebe, deiner Offenheit. Und die, die nicht zu dir gehört, alte Verletzungen, Blockaden, Blockierungen ziehen nach oben hin ab. Und in dieser Transformation, in dieser Bewegung wirst du selbst bewegt. Du bewegst dich nicht, du wirst bewegt. Und zwar bewegst du dich von einem Stress, einem Druck in deine Mitte, mehr und mehr in deine Mitte. Von Aufgebrachtheit in deine Ruhe rein. Von Anstrengung in die Entspannung. Diese Bewegung ist Liebe. Diese Bewegung ist Liebe. Eine Liebe, die dich unendlich liebt. Du bist unendlich geliebt. Und du bist nun eingeladen, diese bedingungslose Liebe anzunehmen. Und diese bedingungslose Liebe als Basis deines Daseins anzuerkennen. Ich erkenne die bedingungslose Liebe als Basis meines Daseins. Ich erkenne die bedingungslose Liebe als Basis meines Daseins an. Und in dieser Anerkennung löst sich jeglicher Existenzkampf, jeglicher Überlebenskampf, jeglicher Stress, den du gespeichert hast. all das sinkt hinab und reinigt sich. Und in dieser Reinigung, in diesem tiefen Frieden, in dieser Zufriedenheit, erlaubst du dir, klarer und freier zu werden. Und während jetzt dieser Stressdruck abfließt, konzentrierst du dich auf deine Mitte, deine innere Stille und die Bewegung hinter der Stille. Und diese Bewegung ist auch emotionale Kraft und Stabilität. Emotionale Labilität darf sich lösen und emotionale Stabilität und darf kommen. Und in diesem Fluss, in diesem Prozess, wo du der bedingungslosen Liebe mehr und mehr Raum in deinem Leben gibst, spürst du einen tiefen Frieden, eine tiefe Leichtigkeit und eine ganz tiefe Liebe. Und jegliche Überspannung, jegliche Überspanntheit löst sich aus deinem System. Und du spürst, wie dein Inspirationszentrum, dein Gehirn, dein Kopf wieder frei wird, wieder aufmacht und wieder unzählige Ideen einfließen. Ein Füllhorn an Leben. Ein Füllhorn an Bewegung. Ein Füllhorn an Lebendigkeit. Ich erlaube, Lebendigkeit in meinem Leben zuzulassen. Ich erlaube, Flexibilität in meinem Leben zuzulassen. Und du spürst, wie sich die Bewegung hinter der Stille noch mehr in dir manifestiert. Wie sich Anspannungen lösen und wie deine Inspiration, dein Dasein in der vollen Form erwacht. Wie sich dein Seelenlicht in deinem Leibe ausbreitet, ausdehend weiter wird und du Schritt für Schritt weiter, immer weiter in dein Bewusstsein kommst. Das Bewusstsein deines Wesens. Dass du Teil der Bewegung hinter der Stille bist. und du identifizierst dich jetzt zu 100% mit dem Anteil der Bewegung hinter der Stille und du erlaubst dir jetzt in Körper, Geist und Seele heil zu sein. So sei es, so sei es, so sei es. Frieden, Zufriedenheit, Liebe. Atme nochmal tief ein und wieder aus und spüre, wie sich die Bewegung hinter der Stille erdet und manifestiert. Und wieder aus und spüre, wie sich die Bewegung hinter der Stille erdet und manifestiert. Und in dieser Energie spürst du nun die bedingungslose Liebe, die dich umgibt, die vor dir ist, die hinter dir ist, über dir ist, neben dir ist. Diese bedingungslose Liebe, die sich unendlich ausdehnt und von der du Teil bist. Ein Ausdruck der bedingungslosen göttlichen Liebe. sehr gut. Und nun spüre nochmal nach und beweg mal deine Arme und Beine und spüre nochmal, wie sich die Bewegung hinter der Stille mehr und mehr, auch wenn du in deinem Alltagsbewusstsein bist, wieder zurückkehrst, mehr und mehr manifestiert. dieses Erleben und die Bewusstsein, das Bewusstsein der bedingungslosen Liebe. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und spüre jetzt, wie du belebter, klarer und freier bist und spüre richtig die Dynamik und die Energie und spüre, dass du heil bist und komm in dieser geheilten, in dieser gesamt geheilten Energie in deinem Schritt ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und erlaube dir absolut frei und befreiter zu sein. Du öffnest die Tür in ein neues, bewusstes Dasein, in eine neue, bewusste Zeit. von der Klarheit, Kraft und bedingungsloser Liebe. Bedank dich jetzt mal bei der geistigen Welt, atme tief ein und wieder aus, spüre noch mal so dieses Licht, das dich durchflutet und auch den Weg, den du gehst und erlaube dir dann in deinem Tempo, in deine Zeit, in deinen Raum zurückzukommen. Streck dich durch, beweg dich durch, fühl noch mal nach und dann komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich denn bei dir getan? Wie fühlt sich es denn an? Hast du was gemerkt, vielleicht beim Kopf oder im Körper, wo sich etwas ausgebreitet hat? Ich freue mich schon auf deine Kommentare und natürlich wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal, teile das Video und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliver Ereni. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020